Oktenidin ist als antimikrobieller Wirkstoff seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Zur Therapie, aber auch als wirksame Infektionsprävention gewinnt er vor allem aufgrund zunehmender Antibiotika-Resistenzen immer mehr an Bedeutung. Oktenidin besitzt zwei positiv geladene Zentren und kann sich deshalb gut in Wasser lösen. Es ist hydrophil. Durch lange Kohlenwasserstoffketten hat das Molekül gleichzeitig aber auch wasserabweisende, also hydrophobe Eigenschaften. Doch wie wirkt Oktenidin genau? Sehen wir uns die Wirkungsweise anhand eines grammnegativen Bakteriums an. Aufgrund von elektrostatischen Wechselwirkungen lagert sich der Wirkstoff augenblicklich an die äußere Membran des Bakteriums an. Durch hydrophobe Wechselwirkungen drängen sich umgehend die Kohlenwasserstoffketten von Oktenidin zwischen die bakteriellen Lipide und brechen die Struktur der äußeren Membran auf. Infolge können weitere Oktenidin-Moleküle von außen zur inneren Membran vordringen und diese in analoger Weise in einen chaotischen Zustand versetzen. Innerhalb kürzester Zeit wird das Bakterium lysiert. Der Membranaufbau Gramm-positiver Bakterien ist zwar unterschiedlich, die Wirkungsweise von Oktenidin jedoch ident. Das Molekül durchdringt die Zellwand und destabilisiert durch physikalische Wechselwirkungen die Zytoplasmatische Membran. Oktenidin ist auch bei multiresistenten Erregern wirksam und bietet zahlreiche weitere Vorteile. Aufgrund des sehr unspezifischen Wirkmechanismus ist eine Resistenzentwicklung unwahrscheinlich. Oktenidin wirkt schnell und effektiv. Oktenidin wirkt schnell und effektiv. Oktenidin wirkt schnell. Oktenidin wirkt schnell und effektiv.